Musik Umkehrhaltungen sind ein wirklich lustiger Weg, Ihre Yoga-Praxis zu ergänzen. Wenn Sie das Gefühl haben, erfahren genug zu sein, um herumzuspielen, dann kommen Sie in den herabschauenden Hund. Nutzen Sie auch Ihren Atem. Sie nehmen einen Atemzug und drücken die Hüfte nach hinten. Die Knie beugen und dann ausatmen und mit den Füßen abdrücken. Dann landen und zurück zum Hund. Einatmen, Knie beugen, ausatmen, nach oben drücken und zurück. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und vielleicht entscheiden Sie, sich nach oben zu strecken. Wenn Sie das mit einer guten Einstellung machen, haben Sie viel Spaß. Namaste.